Was wollt ihr, Knochenmann? Vernichtet Naugron! Vernichtet den Herrscher des Spiegels! Lasst uns zum Seelenfluss zurückkehren! Frei, ja! Wenn Naugron den Spiegel bewacht, wird er fallen. Wie kommen wir zum Krater? Oh, einfach! Einfach! Aber hört zu! Eine riesige Echse streift hier umher. Sie ist durch die Magnetsteine verändert worden. Sie ist unbezwingbar. Wenn ihr sie seht, flieht! Meidet sie, oh ja! Gegen sie ist jeder Kampf ohne Sinn. Naugron selbst hat ein Nest im Krater. Oh ja! Eine Wehr aus Knochen, die kein Leben erschädigen kann. Ihr müsst... Ach! Er hat mich entdeckt! Nein!